Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Wie geht's? Guten Dank! Wir präsentieren unser Bahnhof. Wir haben 140 Kuh und 50 Ziegen und 2 Pferden. Wir bauen mitnext Orangenbohnen und die Kohle an. Ich heiße Vivian. Wir haben 2 Traktoren, 2 Melkmaschinen, 3 Bulawagen, 5 Lack, 7 Sichel und Lackbrecher. Ich heiße Vivian. Wir haben die Eya, die Milch, die Wolle, Obst und Joghurt. Wir alle essen. Wir essen Joghurt. Wir essen Dunkel. Nutter und meine Schwester, Dunkel. Danke! Danke! Danke!